Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu Folge 169, 69er Stellung hier im Podcast. Ich liege oben, fliegt unten und so nehmen wir die neue Folge auf. Warum heißt das überhaupt 69? Weil es aussieht wie eine 69. Denk an eine 69, weißt du? Denn ein Kopf da, der andere Kopf da. Ich sag nur, er wäst in meinen Jeans und Trikot von Sisu, ja. Flo hat heute gedacht, er hätte Pasch... Wie heißt der? Panaman? Paschani. Paschani im Auto gesehen. Und er so, Pascha. Wie bei UFO. Es ist Sonntag, der 11. September. Heute ist der 11. September. Oh ja, stimmt. Wahnsinn, wie das immer noch... Ja, 20... Nee, nicht dumm. Doch, 20. 21 Jahre. 2001. 21 Jahre, ja. 21 Jahre. Nachdem, krass, wie das man immer noch so damit... Dass das Gehirn... Das ist das Datum dann, irgendwie, dass es noch in Verbindung bringt. Es ist gerade Sonntag in Berlin. Wir waren unterwegs. Wir waren am Flohmarkt. Ja, meine Lieblingsbeschäftigung am Sonntag. Und da habe ich ja kurz gedacht, hey, stopp mal. Ich habe ja auch ein Hobby. Weil es mir immer so schwer fällt, wenn dann Leute fragen, ja, was macht man denn so in Berlin? Oder du explizit, also ich. Und ich mir dann immer so ein bisschen dumm vorkomme, weil ich nichts richtig Konkretes sagen kann. Muss aber sagen, liegt auch ein bisschen an meiner Persönlichkeit, weil ich auch jemand bin, der sich nie merken kann, wenn ich einen tollen Film geschaut habe. Oder ein Lieblingssong oder ein... Also ich muss da richtig drüber nachdenken, weil ich glaube, Sachen, wen ich bewerte... Also klar bewerte ich etwas, aber nicht als Prinzipien in meinem Leben. Also so, ich mache Sachen ein bisschen so Freestyle, aber mach da kein großes Ding draus, weißt du, wie ich meine? Klar bin ich jetzt nicht diejenige, die jetzt irgendwie Wanderausflüge macht am Wochenende. Aber ich glaube schon, dass ich eigentlich voll viele Sachen mache. Aber das für mich relativ selbstverständlich ist, dass ich eigentlich, wenn ich konkret danach gefragt werde, nicht so richtig weiß, was ich mache. Jetzt so auch, du meinst jetzt auch so auf Hobbys bezogen? Auf Hobbys bezogen, auf... Auf Hobbys bezogen ist es ja eh schwierig. So dadurch, das haben wir schon mal besprochen, diese Kurse oder so, dass man ja vieles eventuell im Kindesalter gemacht hat, was so Klavierunterricht und Volleyball oder keine Ahnung. Das machen ja nur wir nicht. Verstehst du, was ich meine? Also es geht ja vielen so, oder nicht? Ja, aber es gibt schon Leute, die so relativ hobbymäßig unterwegs sind oder sagen, ich fahre immer raus oder ich sowas oder also irgendwas. Das ist bei dir auf jeden Fall der Flohmarkt, das kann ich bestätigen. Ja, ich mag das einfach gerne, das ist einfach mein Hobby. Also ich kaufe nichts, aber ich gehe einfach gerne... Ja, das ist witzig. Ihr müsst wirklich euch das so vorstellen, Melli kauft nie was auf Flohmärkten, geht aber immer hin. Sind mir aber auch hier zu teuer, also ist mir dann echt zu blöd. Also muss man ja auch sagen, also ich gehe jetzt halt auch auf die, die wirklich die Touri-Flohmärkte, weil die mir einfach fußläufig von uns sind. Und ganz lieb angesprochen? Ja, zweimal, von zwei Mädels aus Frankfurt, Podcast-HörerInnen, liebe Grüße, gehen raus. FFM, was geht ab? 069. Ja, dann kam ein Auto vorbeigefallen, was sehr groß war und sehr laut und da habe ich gedacht, das ist halt irgendein... Achso, danach mit Panama. Panama Paper. Eine Story muss ich kurz erzählen, die hätte ich jetzt zwar nicht erzählt, weil jetzt wieder die Situation war, dass du einen Star gesehen hast, beziehungsweise die Reaktion, darauf war ja bei Ufo Uf, ne? Hat da jemand eigentlich drauf was geschrieben? Ja, mir hat jemand geschrieben. Warum? Ja, weil ich das witzig finde. Mir ist das mal bei einem Schwarm von mir passiert. Da weiß ich noch, da saß ich mit meiner besten Freundin an der Haltestelle am Sternenkassel und wir haben auf den Bus gewartet. 18 oder 19 nach Waldau damals und ich habe meinen Schwarm im Auto gesehen und war so geschockt, dass ich, ich muss mir jetzt einen Nachnamen ausdenken, weil ich nicht den Nachnamen sagen will, aber ich sage jetzt mal... Kleber. Kleber, wie Klaus Kleber. Und ich da saß und so richtig geflüstert, aber sehr deutlich gesagt habe, Kleber. Und Kleber, wenn man das jetzt so sagt, das klingt jetzt nicht so, dass man, also, dass man das von den Lippen ablesen kann, aber der Nachname, den dieser Typ hatte, war einfach sehr... Er hat's gecheckt. Ja, natürlich. Hä? Und Maria, also meine beste Freundin so, Melli. Und ich so, oh Gott, hab ich das gerade... Ich habe auch noch so geflüstert, ich wollte es nicht laut sagen, aber man hat so einen Lippen lesen können und er hat so geguckt und ich so, oh Gott, was machst du? Jetzt habe ich ja auch mal mitnehmen können, ne? Nein, wir hatten, also es war eher so von meinen... Ihr hattet nichts mit dem zu tun? Nee, nicht so richtig. Also ich war mit seinem Bruder im Kindergarten, das war das Einzige, was ich erinnere, aber das war mein Schwarm, mit dem ich über nie was zu tun hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob der weiß, dass ich auf ihm stand, ehrlich gesagt. Ist ja meistens so. Ist ja meistens so. Also als ich über seinen Nachnamen an der Bushaltestelle laut ausgesprochen habe, hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, okay, alles okay bei ihr. Aber ja, das war sehr witzig. Wir sind wieder in Berlin, ich hatte ja letzte Woche meine erste Schauspielerfahrung, von der ich dir ganz gerne auch mal kurz berichten würde. Denn eventuell seht ihr mich in den nächsten Jahren noch des Öfteren in Film und Fernsehen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, sehr gerne. Nicht nur bei den Privatsendern. Auch bei Traumschiff, willst du gerne? Sondern überall da, wo ihr mich seht. Ja, okay, Flori. Erzähl doch mal, wie war es? Also du hast jetzt ja einen Gastauftritt, eine Komparsenrolle bei. Nein, eine Rolle. Eine Rolle, okay. Denn ich habe auch nochmal erfahren von einer Mitarbeiterin, dass die Komparsen, die keinen Text hatten, dass das anders aufgelistet ist, als die, die Text hatten. Da war ich dann schon ein richtiger Darsteller, würde ich sagen. Und nein, Spaß beiseite. Ich, wir waren zusammen bei Ron. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau alles so richtig schon vorwegnehmen kann. Ja, wir können es ja so formulieren, dass wir sagen, wir haben eine kleine Szene zusammen gehabt. Ja, zwei kleine Szenen zusammen. Hast du dich gefreut? Ja, ich habe mich gefreut. Ja, Lenni war ganz süß an dem Tag, muss man sagen. Hat mich unterstützt, weil ich muss schon sagen, so die Tage davor war ich nicht, man ist nicht so aufgeregt. Also das war, weil ich wusste, ich habe relativ wenig Text, trotzdem, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Und für mich war immer schon, oder für mich sind immer schon die Situationen am schlimmsten, in Anführungsstrichen, wo ich weiß, andere Personen sind involviert und deswegen will man keinen Fehler machen. Wenn ich einen Fehler mache in einer Situation, in der nur ich bin, betrifft das ja nur mich. Aber wenn da 30 andere Leute rumstehen, dann ist es immer so ein bisschen, geht glaube ich den meisten so, dass man irgendwie denkt, man will ja jetzt nicht irgendwie. Und das, was man ja, was man einfach sagen muss, ist, dass sobald irgendwie eine Kamera auf eingerichtet ist, dass man auf einmal fängt, also dazu tendiert, ganz anders zu sprechen. Und wenn man sich einen Gefallen tun will und keine ausgebildete Schauspieler oder ein Schauspieler ist, sondern einfach eine normale Person, die das quasi nicht gelernt hat, ist es einfach die beste Möglichkeit, zu versuchen, ganz normal zu sein. Also es klingt so dumm, aber es ist einfach, wie gesagt, wenn man das nicht gelernt hat zu Schauspielern, also so habe ich das ein bisschen gemacht, habe ich einfach versucht, relativ nah an mir selbst zu sein, damit es einfach relativ echt wirkt. Aber das sagt sich natürlich, also ich finde, das sagt sich deutlich einfacher, als es dann im Endeffekt ist. Ja, aber ich habe dir zum Beispiel, wir haben das dann ein paar Mal, sind wir das durchgegangen und allein, weißt du, wenn du mich rufst, also Flo muss sozusagen so Melissa, Melissa sagen. Soll ich mal machen? Genau, und ihr hört jetzt gleich in drei Sekunden, wie Flo das am Anfang gesagt hat. Melissa? Genau, und das war schon gut, aber ich fand es, also ich hätte zum Beispiel, ich habe dann zu dir auch gesagt, du musst es gar nicht so krass machen. Also das war schon jetzt nicht so krass, aber du hast teilweise so, Melissa, und hast du gedacht, okay, wir stehen hier ganz normal, es ist jetzt nicht eine Situation, wo es das, also wir haben uns jetzt nicht auf dem Mars getroffen und es ist gerade krass, dass wir beide auf dem Mars zusammen sind. Und man jetzt, man überspielert so ein bisschen. Wenn man nicht Schauspieler ist, denkt man, okay, so würde man es schauspielern und es ist eigentlich, braucht es das gar nicht. Ja, aber es war cool, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Es ist auch mal witzig, so eine ganze, also das war ja immer schon, oder ich denke, habt ihr es auch immer früher bei so Autowerbungen, die dann in Südamerika gedreht wurden, durch die Pampa fahren. Und also, um es kurz zu machen, wie aufwendig selbst so ein Projekt ist, dann kann man, will man sich eigentlich gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn man dann wirklich mal Hollywood anruft und ich mal rüber muss. Und nee, es war cool, Melli hat mich gut unterstützt und ja, ich glaube. Ich glaube, das wird cool, ich bin sehr gespannt auch auf die zweite Staffel, ich habe wirklich noch gar nichts gesehen. Ja, ist ungewohnt, letztes Jahr zu der Zeit. Ja, ich glaube, der Regisseur will das diesmal nicht, aber ich versuche mal nächste Woche ein bisschen was rauszubekommen, weil eigentlich wäre es ganz schön. Ich glaube, das wird echt, wird ziemlich cool werden. Es wird ein bisschen... Wrong auf RTL Plus wieder und wahrscheinlich wieder gegen März, April. Ich denke, ja, habe ich jetzt aber auch, witzig, habe ich gar nicht nachgefragt, aber genau, ich gehe davon aus, dass es dann im Frühjahr kommt. Ja, ich habe noch eine Story, die ich dir auch nicht erzählt habe. Ich glaube, es ist nach meiner damaligen Situation am Bahngleis, die ich hier ausführlich erzählt habe, wo ich den einen, wo wir uns in die Arme gelaufen, also wo es diese kleine Rangelei gab. Erinnerst du dich? Nee, was? Wo? Die ist, was ich mal erzählt habe, hier am Hamburger Bahnhof, wo ich die Treppe runtergerannt habe und jemand kam aus dem Zug. Es gab, es gibt eine neue Situation. Es ist wieder eskaliert. Oh nein. Diesmal im Fitnessstudio. Was? Hast du jetzt Feinde im Fitnessstudio? Ich habe einen Feind. Oh nein. Nein. Ich habe jetzt die letzten Male, wo ich da war, dann auch immer so ein bisschen geguckt, ob er da ist. Also. Du bist da ja immer sehr witzig dann, ne? Weil du kannst sowas, also musst du jetzt mal ehrlich sagen, nicht, dass du dann... Ich bin schon harmoniebedürftig eigentlich. Ja, du willst dann die Situation nicht nochmal haben. Also du beguckst dann schon, dass die Person dir nicht nochmal über den Weg läuft. Nee, nee, nee. Ich war da richtig, also der soll mir nochmal über den Weg laufen. Nein, ich erzähle gleich... Okay, erzähl, ja. Naja, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, dass ich Angst habe. Es handelt sich um einen, ich sage mal, im guten Alter... Okay, gutes Alter? Mitte 40? Mitte 50 ist er schon. Mitte 50, vielleicht Anfang 50. Ich beschreibe kurz ihn, bevor es in die Story geht. Ja. Schon groß, bisschen kräftiger, aber Hauptsache auch, weil er ein bisschen Bauch hatte. Mhm. Und so ein bisschen so eine, das mag ich ja auch nicht, so ein bisschen so eine Geschäftsführerausstrahlung. Du kannst so ein Chef von irgendwas sein. Also, weißt du, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst, ja. Leiter von... Pornbach. Aber irgendwie, also wir haben uns, also man sieht sich auch ab und zu. Okay, also bekannte Gesichter. Na, was heißt bekannte Gesichter? Ich für ihn wahrscheinlich nicht, aber... Also, aus seiner Perspektive wahrscheinlich nicht, aus meiner. Ich habe ihn da schon ein paar Mal gesehen. Okay. Und es war so, dass ich an einem Gerät dran war. Okay? Und ihr müsst wissen, bei uns beim Fitnessstudio, das ist alles sehr locker. Ja. Ich bin der Letzte und das ist ein Gerät, wie soll ich es am besten beschreiben, dass, um das zu benutzen, kannst du da gar nicht richtig ein Handtuch drüber legen, weil das ist, wie sagt man dazu? Der sagt doch, was das für ein Gerät war. Ja, das ist so eine Klimmzugstange. Ja. Aber dieses, was freistehend ist, wo du noch diese Platte zwischenschieben kannst für die Unterstützung. Ja. Wenn du Unterstützung brauchst. Ja. Und ich hatte aber keine Unterstützung und habe mich da so hochgedrückt und habe so Leg Races gemacht für den Bauch. Oh ja. So. Jetzt lasse ich... Mein starker Mann hier. Lass mich bitte erzählen. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte meine Sachen neben dem Gerät abgestellt, also auch mein Haarentuch und alles, und habe das nicht liegenmäßig besetzt oder so. Und habe mich dann kurz in meiner Satzpause daneben gesetzt auf den Boden und habe mich kurz gedehnt, also habe mich kurz so gestretched. Und dann kommt der Mann und geht mit aller Selbstverständlichkeit an das Gerät, wobei man dazu sagen muss, ich saß ja wirklich... Also, drei Zentimeter davon entfernt. Ich gucke also hoch und es war auch so ein bisschen am Anfang das Problem, dass ich auf dem Boden saß und er stand. Ich glaube, das hat ihm so ein bisschen auch das Gefühl von zu viel Power gegeben, weil ich habe dann hochgeguckt, habe meine Kopfhörer rausgemacht und meinte so, weil er hat so ein bisschen... Natürlich hat er verdutzt geguckt, beziehungsweise hat gewartet, er hat jetzt nicht direkt angefangen, weil er eigentlich schon gecheckt hat, dass ich da dran bin. Okay. Man muss dazu sagen, er kam in den Raum, also er hat jetzt nicht gesehen, dass ich das schon bedient habe. Und in dem Moment sage ich so zu ihm, ey, sorry, ich bin da noch dran. Hat er gesagt, ja, das sehe ich aber nicht. Oh, voll mit Testosteron. Und ich habe dann gesagt, naja, du siehst das gerade nicht, weil ich gerade meine Pause hier unten mache, aber ich mache gleich noch zwei Sätze. Habe dann mich weiter gedehnt. Dann ist er aber in dem Gerät stehen geblieben. Hat weder angefangen, ist aber auch jetzt nicht irgendwie gegangen und hat mich so ein bisschen verdutzt angeguckt. Ich glaube, er war auch irgendwie genervt, dass ich da meine Stretches da auf dem Boden mache oder dass ich mich da irgendwie, obwohl das total unspektakulär auch war. Und dann habe ich gesehen, okay, er ist gerade irgendwie, er wird nicht sauer, aber es kam nichts aus seinem Mund. Und in dem Moment habe ich nochmal dann zu ihm hochgeguckt und habe gesagt, willst du dazwischen, wir können uns gerne abwechseln. Also habe ich die, in Anführungsstrichen, nette Initiative gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich schon ein bisschen pumpig das gesagt habe. Und dann, und da ging es dann bei uns los, hat er gesagt, ja, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Wo ich dann wiederum gesagt habe, ja, aber dann frag das doch. Also, oder dann fangen wir wenigstens an. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich mich auch in dieser niedrigen Position nicht wohl gefühlt habe. Und dann waren wir so ein bisschen, haben wir uns. Der Hahnenkampf. Der Hahnenkampf in diesem Raum. Es haben auch andere dann geguckt, natürlich. Oh, was passiert hier, ja. Der 50-Jährige und der 30-Jährige, zwei Deutsche stehen sich gegenüber. Was wird wohl passieren? Kein nix. Und dann ist er damit nicht klargekommen, dass wir uns da so ein bisschen, oder dass ich ihm das angeboten habe. Und dann, Leute, dann gab es noch ein paar Wortdinge hin und her, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt mach auch einfach. Und dann irgendwie, dass das hier auch mal losgeht. Er wollte dann diskutieren, weil, jetzt kommt es wichtig zu der Geschichte, warum hast du das denn nicht mit deinem Handtuch reserviert? Ah, echt? Genau, wo, also so, reservier es doch mit deinem Handtuch, wenn du hier dran bist. Und dann habe ich nur gedacht, was zählt denn mehr? Das habe ich leider nicht gesagt, aber das ist eigentlich so gut. Zählt jetzt mein Handtuch mehr oder mein Wort? Weißt du? Ja, weil ich so denke, ich muss ich jetzt hier wirklich wie die Liege mein Handtuch. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss hier irgendwas reservieren, habe ich dann zu ihm gesagt. Dann wollte er nochmal was sagen, dann habe ich nochmal was gesagt. Und das Ganze hat 30, 40 Sekunden gedauert und da hätte er schon lange anfangen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte dann, okay, wir wechseln uns ab. Und jetzt kommt der kleine Asi, aber dann habe ich mich auch nochmal in den Weg gestellt am Ende. Der kleine Asi hat dann, hat dann nämlich diese Hilfe hochgezogen, also dieses Extra-Brett, wo du dann das Gegengewicht einstellen kannst. Und hat dann, anstatt dass wir uns abgewechselt haben, hat dann immer so drei, vier Klimmzüge und dann drei, vier Dips. Und das aber so locker drei, vier Mal und hat dann die Desinfiziertücher geholt und hat sauber gemacht und ist gegangen. Also im Endeffekt hat er dann die Situation ausgenutzt, hat so gesagt, du kleiner Pisser, wir wechseln uns nicht ab. So, ich ziehe jetzt mein Ding hier durch, auch wenn man, dafür hat er es dann schnell gemacht, muss man sagen. Aber ja, ich bin dann natürlich, habe mich dann echt, als er diese letzte Wiederholung gemacht hat, quasi daneben gestellt und habe ihn angeguckt. So nach, weil er hat es, es war natürlich Provokation auf beiden Seiten. Ja, voll. Und ja, es ist dann so, er ist dann runter, hat es, wie gesagt, noch desinfiziert und ist dann so, ja, wir sind nicht Schulter an Schulter, aber wir sind schon sehr nah dann aneinander vorbei. Und ja, somit habe ich einen Feind. Boah, was wäre bloß passiert, wenn ihr euch noch angerampelt hättet? Dann wäre es eskaliert. Nein, ich glaube, bis man sich dann wirklich prügelt, da fallen dann erstmal noch Beleidigungen vorher. Du Fotze. Es ist halt, das sagt man nicht. Das sagt man nicht, nein, nein. Das ist eine richtige Scheißschirmfurt. Du Dummkopf. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist halt echt so in diesem Testosteron-geführten Studio. Ich sage ja auch immer, dass du immer ein bisschen Mendo-Testosteron bist. Nein, alle Menden, also ich glaube, vielen, vielen. Ja, generell. Ja, ja, ja. Nicht nur ich. Ja. Und ich glaube, was mich halt wirklich einfach nur geärgert hat, ich bin der Erste. Ich habe immer ein Handtuch, auch einfach aus hygienetechnischen Gründen, immer, egal, ob es eine Bank ist oder so. Aber ich finde es auch affig zu sagen, wir haben auch ein paar, die reservieren dann immer ihre Geräte und gehen dann aber zwischendurch noch woanders hin. Das finde ich auch scheiße, weißt du. Also ich bin ja der Erste, der irgendwie sagt, ey, komm, wir können uns doch abwechseln. Aber ich finde dann doch ein Wort einer Frau oder eines Mannes hat ja dann... Naja, aber du hast ja nicht gesagt, ich bin da noch dran, wir können uns aber abwechseln. Du hast gesagt, ich bin da noch dran. Ja, das stimmt. Also du bist da natürlich schon sehr besitzergreifend reingegangen, weshalb er wahrscheinlich dann auch gesagt hat, das ist selbstverständlich, dass wir uns in einem Fitnessstudio, wo 500.000 Mitglieder sind, so ungefähr, dass wir uns abwechseln und dass man eben nicht eins eine vormacht oder wie sagt man das? Vorrang, vorrang, vorrecht auf ein Gerät hat, weil man gerade das macht und du ja gerade dich gestretcht hast. Also ich will jetzt nicht sagen, er hatte recht, aber ich glaube, man ist da einfach ein Missverständnis auf beiden Seiten ein bisschen. Ja, also ich verstehe voll deinen Punkt. Ich glaube, du hast auch recht. Ich glaube auch, mein Ich bin da noch dran war ein bisschen pampig. Ja. Aber ein grundsätzlicher Punkt noch zum Thema Fitnessstudios für alle, die auch sich in welchem befinden. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, solange nämlich Leute, also so ist es zumindest bei uns so, solange da irgendwelche Leute auf dem Gerät wirklich in den Satzpausen sitzen bleiben und irgendwie ihr Handy zücken und dann, oder einen hatten wir mal, der hat immer Zeitung gelesen, dann ist das irgendwie okay, dann stellt das keiner so richtig in Frage. Aber wenn man zwischendurch halt sich mal daneben setzt, ist es dann so mäßig, ich mache halt meine Satzpause anders. Weißt du, wie ich meine? Ja. Naja, egal. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich hoffe, dass ihr vielleicht nochmal... Ich denke, wir werden keine Freunde mehr, aber er ist seitdem auch nicht mehr gekommen und die Zeit, er hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Denkst du, du kleiner Pisser? Ja. Was willst du hier? Was willst du hier? Ich habe immer gedacht, was willst du, du kleiner... Du großer Pisser. Du großer Pisser. Und bevor wir weitermachen, kommen wir zu einem Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Taxfix, ein langer Partner von uns, welcher auch bei euch da draußen sehr, sehr beliebt ist. Für alle, die Taxfix noch nicht kennen, mit Taxfix macht ihr eure Steuer einfach, sicher und schnell. Das funktioniert so. Ihr scannt die Lohnsteuerbescheinigung ein oder fotografiert diese ab, beantwortet ein paar simple Fragen ohne Beamtendeutsch. Anschließend werden die Angaben auf Plausibilität geprüft und digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Probiert es einfach mal aus. Die App und die Berechnung der Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt also erst bei Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99. Mit dem Code GELD22 sparen Neukundinnen bis zum 31.10. 15%. Also, probiert es aus. Probiert es aus. 31. Oktober endet auch die Steuerfrist. Und dann könnt ihr doch direkt einfach mit Taxfix abgeben. Viel Spaß. Vielen Dank an Taxfix. Danke. Wir sind wieder zurück. Das war meine Erfahrung im Fitnessstudio und meine ersten Schauspielerfahrung. Wir sind noch gar nicht unserem Raster heute nachgekommen. Ja, was kommt denn? Erstmal die Frage an Melissa. Frage an Melissa. Ich habe mich heute Morgen gestreckt und hatte ein Bett und hatte eine Situation, ein Throwback, wie ich mich immer vor der Schule so ein bisschen gefühlt habe oder wie man sich vor der Schule gestreckt hat. Ja. Und da hatte ich so eine Mischung aus irgendwie dann doch Unbehagen. Angst und dem Fall. Angst und irgendwie, also ich hatte dann, und da wollte ich dich fragen, ob du das so ein bisschen kennst, ob du daran manchmal noch Erinnerungen hast, wie du das irgendwie festmachst oder ob du dich da selber, oder ob du wirklich ja ein Mensch bist, den das dann irgendwie gar nicht mehr juckt. Und du da irgendwie voll mit... Schuldzeit? Ja, oder allgemein so Situationen, in denen sowas wieder hochkommt. Ja, also ich habe ja gestern einen Stracciatella-Joghurt gegessen, seit wirklich langer Zeit, also ja, langer Zeit, einen fertigen Stracciatella-Joghurt. Und er war, ich weiß nicht, was für einen Stracciatella-Joghurt ich damals gegessen habe. Es war auf jeden Fall nicht der, den ich gestern gegessen habe, weil das so ein Bio-Bums war. Und das habe ich als Kind nicht gegessen. Das gab es bei uns nicht. Und ja, dann habe ich da gesessen und auf einmal saßen wir da und ich habe den ersten Löffel genommen. Ich hatte Musse-Schokolade. Ich habe mich wirklich 20 Jahre zurückgesetzt gefühlt, weil jeder Bissen mein Gehirn schon mal gemacht hat. Also ich hatte so ein Déjà-vu. Jeder Bissen hat mich ein Stück näher an meine Kindheit gebracht. Und ja, auf jeden Fall habe ich sowas. Aber ich muss sagen, zur Schulzeit habe ich so viel vergessen. Aber das, glaube ich, ganz gut, weil ich habe eigentlich die Schulzeit als eine sehr schöne Erinnerung abgespeichert. Aber dann ist es doch nicht gut. Also verstehst du, das widerspricht sich ja ein bisschen, oder? Nee, das widerspricht sich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich morgens aufgestanden bin, habe ich einmal eine Wiederholung in meinem Kopf. Und nur, weil ich jetzt nicht explizit jedes, also ich weiß voll viele schöne Momente, aber ich hatte auf gar keinen Fall ein Unbehagen im Bauch, wenn ich daran denke. Also gar nicht. Ich hatte voll die schöne Schulzeit. Ich auch, aber es hat sich tatsächlich manche Gefühle oder gerade auf bestimmte Fächer bezogen oder mal irgendwie doofe Situationen oder so. Also ich habe da echt so gute Jahre. Ich hatte gerade im späteren Verlauf, merke ich, dass so die, ich glaube, so gerade fünfte, sechste Klasse oder so vierte, fünfte, sechste, das war, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und da, aber du weißt, was ich meine, ne? Darum, da hat sich ja als Kind, also war das bei mir zumindest so, wenn man da mal solche Phasen hatte, dreht sich ja alles da drum. Weil man hat ja... Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber du sprichst da gar nicht drüber. Nee, weil da gibt es gar nicht viel drüber zu sprechen. Das waren dann sehr individuelle Situationen in dieser Schulzeit. Also jetzt nicht, dass man sagt, es gibt eine konkrete Geschichte, was passiert ist, sondern einfach, wie, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe, glaube ich. Aber es ist ein individuell, ja, also nicht individuell, also, ja. Nein, keine einzelnen Geschichten, sodass es passiert, sondern einfach ein etwas grundlegendes, warum lachst du schon wieder? Etwas grundlegendes. Melissa, halt mal bitte das Mikro. Weil ich mich gerade an eine Situation erinnere, oh Gott, die kann ich eigentlich mal erzählen, das ist voll witzig. Das ist, glaube ich, die Situation gewesen, wo ich im Erdboden versunken bin, in meinem Leben. Also, ähm... Wo sind wir? Oder habe ich dir mal erzählt, die Situation? Erzähl nochmal, wo sind wir? Mit der Kaka? Erzähl nochmal, wo sind wir? Wir sind in der... Ja, welches Jahr, welche Klasse? Wir sind in der offenen Schule Waldau, in der, ich würde sagen, sechsten Klasse, ähm, wie sagt man das? Wir hatten so eine, so ein Jugend, wir hatten Sozialarbeiter und wir hatten so ein Jugend, nicht Büro, sondern, wie sagt man denn das? Jugendraum? Ach, keine Ahnung. Ach so, Jugendraum. Ja, so ein Schildraum, also so ein... Gemeinschaftsraum. Gemeinschaft, ja, so, ich weiß auch nicht mehr warum, aber es war, gab es, gab es auch nicht lange oder so. Da war immer der dreckigste Raum, immer Assi, da hat man immer Müll und so gelassen. Nein, das war relativ gut, das war bei uns direkt neben der Mensa und das ging so den Keller runter und das war auch, wie gesagt, nicht, das war begrenzt zeitlich. Und dann habe ich da unten gesessen und... Ich kenne die Geschichte nicht. Nee, nee, die kennst du nicht, ich glaube auch nicht, dass ich die mal erzählt habe, aber ich kann jetzt drüber lachen, aber ich weiß, dass ich damals gestorben bin, also ich bin wirklich, mir war das so unangenehm, ich glaube auch nicht, dass es... Oh Gott, okay, warte, also ich war da unten und ich hatte so eine Hose an, die hatte unten so einen Plüschrand, so ein rosa Plüschrand. Ein Jeans. So eine Borte, genau, eine Rose, ein Jeans. Ich weiß, glaube ich, wie die aussehen. Und unten war ein Fellplüsch in rosa und auch so bestickt mit Blumen, so ein bisschen. Und ich habe nach dem Essen ganz schlimmen Durchfall bekommen. saß dann in diesem Gemeinschaftsraum und bin dann halt aufs Klo gegangen und wir hatten noch Pause und ich wusste halt, ich darf mich halt nicht auf die Klobrille setzen, ne? Weil das ist dreckig. Weil das ist dreckig, das geht halt nicht. Und gut, dann habe ich mich halt auch nicht hingehockt, habe gedacht, alles gut. Und da hat es halt ganz schlimm, ganz schlimm durch, weil, pass auf, bin rausgekommen, habe gedacht, alles super. Dann ging ich so zurückgekommen, habe mich dann neben meine Freundin gesetzt und die hieß, also es war nicht meine enge Freundin, aber ich weiß noch, sie hieß Elvira. Und ich habe mich dann neben ihr gesetzt und sie gesagt, boah, Entschuldigung, ich komme nicht klar, Entschuldigung, ich fahre zum Thema Flashback und dann sie zu mir gesagt, boah, du stinkst, du stinkst meiner Scheiße. Und ich so, was? Und die so, boah, warst du gerade scheiße? Und ich so, nein. Und ich so, scheiße, was ist hier passiert? Habe ich dich nicht richtig abgewischt oder so? Naja, auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, nein, und ich bin aber so rot geworden, weil ich genau wusste, sie hat mich erwischt, ne? Und dann dachte ich so, hä, habe ich jetzt gepupst oder was ist passiert? Ja, und dann war auch alles irgendwie, dann mäßig die so, ja, okay, keine Ahnung, weil es stinkt gerade übertrieben und so. Und ich so, okay, nee, weiß ich jetzt nicht. Boah, ich glaube, wie man das dann halt so sagt, boah, nee, hier stinkt jemand anders. Und dann bin ich halt so rausgegangen und ich glaube nicht unmittelbar danach, sondern irgendwann später habe ich gesehen, dass der Flüschrand von meiner Jeanspol mit meiner Scheiße war, wenn ich daneben gemacht habe. Oh Gott. Und ja, das ist eine Situation, an die erinnere ich mich noch sehr, sehr doll, weil da bin ich wirklich im Erdboden versunken. Ja, Hammer. Das ist ein Hammer. Oh Gott. Sorry für den Lachanfall, weil ich bin wirklich, also ich bin gerade nicht klargekommen. Nein, das war sehr, sehr amüsant. Meinst du, das wäre auch kleben geblieben ohne den Flüschrand? Nee, der hat dann schon viel aufgefangen wahrscheinlich. Nee, das hat, ich erinnere gerade, also es hat schon gespritzt auch und am Flüschrand habe ich es dann halt gesehen, dass hinten alles voll war. Ja, guten Appetit für alle, die gerade essen und... Ja, mein Gott, ich habe auch vorhin zu dir gesagt, ich meine, Scheiße war in letzter Instanz in uns drin. Ja, ja, das stimmt. Also... Das stimmt. Also sehr, sehr gute Story, aber hat Spaß gemacht. Wie kommst du den Dingen aus dem Alltag? Zwischen Sachen, die mir eigentlich egal sein könnten in der Zukunft dieser Erde. Und zwar, wir haben endlich ein Regal in der Küche. Ja, ach, ich hatte das jetzt falsch gesagt bei Instagram, weil ich meinte so, du wolltest zwei und ich ein durchgängiges, aber so war es ja gar nicht. Du wolltest ja parallel ein versetztes Regal. Weißt du noch, du wolltest ein versetztes Regal. Und da hast du gesagt, nein, wenn wir ein Regal haben, dann muss es komplett durchgängig, also nee. Genau. Entweder, ich habe gesagt, bei einem Regal muss es komplett durchgängig sein für den Look. Und wenn wir, das war nämlich die Idee, zwei Einzelne haben, um die nebeneinander zu machen, dann war meine Angst, und ich glaube, die war auch berechtigt, weil sowas ist eigentlich nicht möglich, dass, also jetzt werden viele sagen, doch, das ist möglich, dass die auf einer Höhe sind. Das war meine, das hätte ich mir dann gewünscht. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, gerade wenn dann viermal gebohrt werden muss, dass zwei unterschiedliche Regale genau auf einer Höhe sind. Und deswegen hätte ich dann gesagt, okay, lass uns das direkt versetzt machen. Also offensichtlich versetzt. Und das wurde ja damals dann groß belächelt, ja? Ja. Und jetzt, und jetzt muss ich auch nochmal sagen, das ist was ganz anderes, als du auch damals als Idee hattest. Denn jetzt haben wir ein viel dickeres, vollwertigeres Material. Und nicht nur ein Regalboden, sondern mit Rückwand und Seitenwand. Und es geht über Eck. Genau, das Übereck ist wunderschön. Ich persönlich muss ja sagen, aber es ist auch voll okay, weil das war nun mal der Kompromiss. Ich hätte da auf jeden Fall zwei Regale auch gesehen untereinander. Echt? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen niedriger, was jetzt gerade da ist. Und darüber noch eins, weil ich finde, das kann die Wand 100 Prozent vertragen. Es ist alles super. Ich bin so, so happy. Und das hat ja nichts mit dem Regal selbst zu tun. Das war jetzt unser Kompromiss. Aber ich hätte es wirklich schöner gefunden, wenn wir zwei zum Beispiel gemacht hätten. Wie gesagt, weil wir da eine große Fläche haben. Aber du wolltest ja darauf hinaus, dass wir das ja haben anfertigen lassen, was ja... Deine Entscheidung war. Genau. Und da muss man sagen, bei vielen, weil wir immer wieder auch viel über Möbel diskutiert haben. Und wo kaufen wir das? Und lassen wir das so, wie es ist? Oder machen wir da überhaupt was? Und Melli hat irgendwann korrekterweise und deswegen auch die Dinge aus dem Alltag gesagt, wir müssen auch nicht etwas kaufen, sondern wir können doch auch mal bei einer Tischlerin oder bei einer Schreinerin... Was anfertigen lassen. Was anfertigen lassen. Qualität zu Preis. Ja, also das Regal und die Verlängerung ist unglaublich. Ich habe mir das nochmal genau angeschaut. Das ist perfekt. Das ist perfekt, perfekt gearbeitet. Und natürlich, also was halt super, super, was uns natürlich dann auch noch bestätigt hat, war, als die das erste Mal da waren, wollten sie schon das Regal anbringen. Und was ist passiert? Unsere Wand ist nach hinten sowas von abgekackt. Also die ist einfach, der Raum ist schief. Also es ist eigentlich ein, wie ein Dreieck. Nein, nein, aber so... Ein Achteck. Und man hätte halt, also man kann dann ein durchgängiges Regal natürlich nicht so an die Wand bringen, wie es halt schön aussieht. Voll. Weshalb sie dann im Nachgang... Außer mit großen Lücken. Es wäre tatsächlich hinten eine 2 cm Lücke gewesen. Es wäre eine richtig fette Lücke gewesen. Und dann haben sie gesagt, nee, wenn wir das machen, wollen wir das schon richtig machen und werden da hinten noch ein Stück anbringen. Also dementsprechend ist das Regal eigentlich schief, aber ist jetzt gerade für unsere Wand. Für unsere Wand ist es gerade. Und ja, ganz grundsätzlich, ganz große Empfehlungen. Egal, also wenn ihr jemanden in der Nähe habt, einfach mal googeln. Das sind ja, wer... Also ein Möbelhaus ist das eine, aber gerade auch was so Holzsachen angeht, wer kennt sich denn besser aus als die? Weißt du, also klar kann man immer sagen, man geht jetzt zu Ikea oder man geht zu dem Möbelhaus. Oder wie die alle heißen. Aber im Endeffekt sind die, das sind ja Experten, die können ja alles mit Holz. Ja, wobei wir aber auch echt eine schöne, oder da muss ich auch uns mal loben, eine tolle Idee hatten. Das stimmt. Also... Das war ja auch deine Idee, ne? Und ich habe mir auch vorgenommen, ich weiß, du bist da nicht so, aber ich halte mich da immer so zurück, wegen auch dann streichen und so oder Sachen machen. Ich weiß, dass du das immer auch von Leuten machen lassen willst, die das können, aber ich finde, wir sollten uns da nicht so niedermachen. Nein, bei Streichen bin ich ganz offen. Es ist was anderes bei mir. Ich mag am liebsten die Wände einfach weiß haben. So, das ist das Argument. Und ich finde, wenn man einmal Möbel gestellt hat, bin ich auch ganz ehrlich... Ja, das haben wir verschlafen. Das haben wir halt verpennt. Ja, aber das lag auch daran... Das musst du dann machen, bevor wir einen Schrank bestellen. Ja, das war aber mit dir in der Erde nicht möglich. Da rede ich gegen eine weiße Wand. Ich bin aktuell frisch gebräunt. Ich muss nicht rasieren, ne? Ja, können wir kurz darüber reden, Dinge aus dem Alltag nochmal? Bei Männern. Ist es normal, dass Männer einfach keinen Bock haben, sich zu rasieren, oder ist das nur bei dir so? Nein, das ist normal. Hat keiner Bock, sich zu rasieren? Wieso kann man das nicht so als Ritual einfach alle paar Tage machen? Also, so wie ich mich damit austausche, also viele lassen es beim Barber machen. Ich glaube, dann, das ist auch cool. Du willst es aber nicht, ne? Doch, ich denke halt immer, ich kann es auch irgendwie selber. Ich mag es relativ kurz bei mir gerne, ich mag es aber auch lang. Und jetzt habe ich mich auch lange nicht rasiert, weil ich so denke, ich gehe jetzt Dienstag zum Friseur und dann will ich kurz vor dem Friseur das machen lassen. Und ich bin faul. Deine Oberlippenhaare gehen dir schon bis an die Unterlippe. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Sag, dass das nicht stimmt. Boah, aber die gehen schon ganz schön nach raus. Die sind richtig drüber schon, die. Über der Oberlippe. Ja, wie ein Schirm. Flor hat jetzt einen Schutz für seine Oberlippe. Also früher, da gab es ja noch keine Rasierer, da mussten die Leute ja irgendwie, also das, mussten die sich so lang wachsen lassen, bis du das mit einer Schere schneiden konntest. Also vielleicht, machst du ja da mal mit einer Schere irgendwie weiter. Mhm, kann ich machen. Und wir machen jetzt auch weiter und zwar mit unserem Thema der heutigen Episode. Und bevor wir zum Thema kommen, kommen wir zu einem weiteren Partner der Folge. Einen leckeren Partner der heutigen Folge. Einen leckeren Partner der heutigen Folge. Und zwar ist das Hey, Hey Natural mit ihren Produkten aus natürlichen Zutaten, starken Nährwerten und richtig gutem Geschmack. Ein ganz großer Riegel-Tipp von mir. Und auch von mir. Denn, das war unabgesprochen, Melli kennt den Riegel auch. Natürlich. Und wir haben wirklich insgeheim eine Riegelliebe, eine Hey-Riegelliebe, nämlich den Vegan Crispy Protein Riegel Bar. Und der ist ohne Palmfett, ohne Soja und ohne künstliche Aromen. Und wir haben da beide eine Liebe für entwickelt und haben gerade feststellen müssen, bevor wir angefangen haben, dass wir den heimlich, regelmäßig, nicht heimlich, aber halt einfach unabhängig voneinander. Unabhängig voneinander. Melli ist ja in Hamburg seit sechs Wochen und ich bin in Berlin. Und da hat sie mir eben erzählt, sie so, ah ja, den hatte ich letztens. Den habe ich auch im Zug gegessen. Ja, wir haben im Zug gegessen. Und ich so, was? Ich habe den gegessen. Und war so, das ist mein Riegel, such dir was anderes aus. Wir haben ja nicht zusammengesessen, deswegen wussten wir das auch nicht. Genau. Neben Riegeln haben sie auch Proteinpulver oder auch so ein Crunchy im Sortiment, also so ein Müsli Crunchy. Und es gibt seit letztem Sonntag, beziehungsweise seit heute, wenn wir aufnehmen, seit dem 11., auch einen Adventskalender mit den Hey-Favoriten. Also testet das unbedingt mal aus. Wirklich, der Vegan, ich sage es nochmal, Crispy Protein Bar, das ist unglaublich. Hey.team.220er. Und Hey wird mit J geschrieben. Da könnt ihr 15% sparen. Einfach auf Aktivieren klicken und dann werden die 15% im Warenkorb abgezogen. Viel Spaß und vielen Dank. Guten Hunger. An Hey. Danke, Hey. Ja, wir machen weiter mit dem Thema der heutigen Episode. Aber du hast dir noch bei Dada auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ne? Ja, aber wir machen jetzt erstmal das Thema. Wir sind nämlich schon lange unterwegs. Ah, da müssen wir das Thema kurz halten. Nein. Oh, das war... Wir lesen jetzt erstmal. Lies doch erstmal vor. Ja, ja, ich lese erstmal vor. Kannst du nicht vor, bevor das Essen kommt, schon das Essen schlecht machen. Na, ich habe nur gesagt, wir müssen uns kurz halten. Ja, Melli muss tatsächlich zurück nach Hamburg. Ja, leider. Aber wir lassen uns hier ganz essen sein. Aber wenn ich mir einen Riegel hole, ist das schon okay. Liebe Melissa, lieber Flo, es ist gerade 4 Uhr morgens und ich bin gerade einfach so wach geworden und konnte aufgrund wirrer Gedanken nicht wieder einschlafen. Worst case. Also, das hast du auch öfter, ne? Mhm. Also versuche ich nun mein Glück und erzähle euch davon. Vielleicht kennt ihr das Gefühl und habt Freunde, denen es genauso geht. Aber erstmal ein großes Danke, dass es euch und eurem Podcast gibt. Ich liebe ihn und eure offene und ehrliche Art. Was gerade die letzte Folge gezeigt hat, ich kann Melissa total verstehen und hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Das ist wahrscheinlich immer noch mein Urlaub nicht melden, Ding. Ja, das ist auf jeden Fall die Folge, die gemeint ist. Nun zu meinen verwirrten Gedanken und mir. Ich bin 26, habe dieses Jahr mein Studium beendet und bin nun frisch nach Hamburg gezogen. Hamburg, moin, moin. In den letzten drei Jahren hatte ich keine Beziehung mehr, sondern eher hier und da mal ein Flirt, Tinder-Dates und so weiter. Ab und zu fand ich den einen oder anderen Typen doch ganz gut und habe mich oft in Sachen verrannt und mich viel zu schnell auf diese Boys fixiert. Dadurch habe ich auch ohne Beziehung irgendwie viel Herzschmerz gehabt. Ich habe mir nun vorgenommen, erstmal mit mir selber ins Reinen zu kommen und meine Zeit alleine zu genießen. Klappt bisher ganz gut. Ich war für knapp Wochen alleine, vier Wochen alleine im Backpacking-Urlaub und habe die Zeit alleine genossen. Allerdings sind fast alle meine engen Freundinnen und Freunde bis auf eine in Beziehung und ich sehe gefühlt nur noch Pärchen in der Stadt und der Öffentlichkeit. Nun stelle ich mir die Frage, will ich diese unabhängige Single-Freundin bleiben, die ihre Freiheit liebt und immer eine witzige Dating-Story auf Lager hat? Oder will ich doch irgendwann mal verheiratet sein und eventuell sogar Kinder bekommen? Fragezeichen. Ich merke einerseits, dass ich die Zeit alleine genieße, aber mein Unterbewusstsein irgendwie ausschauen nach einem Partner hält. Ist das nun der Druck der Gesellschaft oder doch eine versteckte Einsamkeit in mir? Ich glaube, das Problem ist nicht das Alleinsein, sondern eher fehlende Liebe und körperliche Zuneigung einer anziehenden Person. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher. Wie seht ihr das? Habt ihr Tipps und mehr, um mehr zu sich selbst zu finden? Und findet man das überhaupt irgendwann? Du liest heute anders vor. Ja, weil ich hier so eingekuschelt gehe. Ja, weil ich gerade gemerkt habe, dass das voll süß ist, also nicht nur süß, vielleicht jetzt nicht so süß, dass das voll doch süß ist, dass sie sich so Gedanken macht. Aber dass sie schon in der Mail voll reflektiert ist auch darüber, dass eigentlich alle Punkte, die sie dann anspricht, ja dann auch stimmen. Und dass es eigentlich gar nicht so wild ist. So versteckte Einsamkeit, so ja, du hast einfach gerade keine Beziehung und du bist gerade die Freundin, die keine Beziehung hat und bist dementsprechend nicht Samstagabend mit deinem Freund und ihr guckt TV. Und das, sondern du musst es dir ein bisschen selber rechtfertigen, dass du gerade alleine TV schaust und fühlst dich ein bisschen armselig und die anderen tun es nicht, weil sie halt gerade zu zweit sind. Aber glaub mir, du bist 26, es ist gerade so eine nice Zeit, auch alleine zu sein. Und ich glaube nicht, dass du einsam bist. Ich glaube, du denkst dir das, weil es halt, wie gesagt, der Druck der Gesellschaft ist. Und würde das alles mal beiseite schieben und würde einfach feiern, dass du noch ein bisschen Zeit hast, bis du dann jemanden triffst, bei dem einfach es wirklich passt, mit dem du eine richtig, richtig schöne Zeit haben wirst. Wo du vielleicht sogar manchmal denken wirst, oh Mann, das war so, das war auch voll cool, so alleine zu sein oder dann in den Club zu gehen und diejenige zu sein, die motiviert es, noch länger zu bleiben, weil es einfach cool ist, auch als Single unterwegs zu sein. Melli denkt das jede Woche zum Beispiel. Nein, aber ich habe das geliebt. Ich habe das so sehr geliebt. Ich war echt zu kurz Single, also zwei Jahre, aber... Ja, da ging ja auch immer noch mal was mit deinem Ex-Freund. Ja, aber das ist nicht der Rede wert. Ging mal was mit anderen Typen. Nein, aber es geht auch gar nicht immer darum, hat man da was mit dem Typen. Also im Endeffekt könnte ich das auch streichen, mit damit Typen was zu haben, obwohl das auch gut für die Erfahrung war, um so ein bisschen zu checken, okay, was will man, was nicht. Aber es geht ja auch ein bisschen um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß es nicht. Genau, also du schreibst ja, also die Hörerin sagt ja, oder will ich irgendwann verheiratet sein und eventuell sogar Kinder bekommen? Fragezeichen. Diese Frage kannst natürlich immer nur du dir beantworten, die können wir dir nicht beantworten. Und trotzdem, ohne dass man das jetzt irgendwie am Alter festmachen soll, aber du bist 26, du hast dein Studium beendet. Es ist gerade, also wenn dieser, wenn wir jetzt über gesellschaftlichen Druck reden und wie entwickelt sich das und alle meine Freunde kommen in Beziehung, wenn du jetzt, und selbst dann wäre es okay, aber wenn du jetzt irgendwie 37 bist, so und all deine paar Freunde oder so. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und überleg doch einfach mal, zum Beispiel, du bist in 10 Jahren 36 und warst vor 10 Jahren 16. Was alles in 10 Jahren passieren kann? Ich hatte zum Beispiel gestern oder vorgestern, nee, gestern die Situation, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass sie schwanger ist. Und das war witzig, weil wir nämlich uns sechs Jahre zuvor in dem Café gegenüber verabredet hatten und über ganz andere Themen gesprochen hatten und in einem ganz anderen, ganz anderen Platz waren. Und ich fand das dann so schön auch zu sehen und so, das gibt einem ja auch irgendwo Hoffnung und die Freude auch irgendwo in all dem, wie wir uns gerade befinden und was mit der Welt passiert und sowas. Aber dass doch in dem eigenen Kosmos doch noch so viel passieren kann, dass man sich eigentlich gar keine Gedanken darüber machen muss. Will ich heiraten? So, das steht ja jetzt noch gar nicht zur Debatte. Klar, jetzt kann man sich grundsätzlich mal Gedanken machen, aber für was? Und ich weiß auch voll, was du meinst, im Gegensatz zu, man ist irgendwie 18, 19, ist es das Alter, wo viele Freunde oder auch Bekannte irgendwie in Beziehung sind und das ist am Wochenende, dann wird weniger gefeiert und die Urlaube werden auch nicht mehr mit den Freunden gemacht, sondern jetzt mit dem Partner oder der Partnerin. Aber ich war ja formellig auch Dauer-Single, wenn du, und das hört sich hier so an und so ging mir das auch, wenn man aber alleine trotzdem glücklich ist, sollte man sich in keinster Weise da irgendwie Gedanken machen, dass irgendwas falsch läuft. Und irgendwann, wie bei mir auch, kommt vielleicht das Gefühl, dass man sagt, jetzt, wenn die richtige Person kommen würde oder man guckt irgendwie ab und zu mal, aber wirklich ohne Druck und dann lass deine Freunde die Beziehung haben, bleib du alleine, wenn du glücklich bist, wenn du jemanden kennenlernst, auch cool, aber gar kein Druck von irgendwem. Und auch mal, ehrlich gesagt, Beziehungen gehen auch wieder, viele gehen auch wieder zu Ende. Wollt gerade, da habe ich auch in dem Moment gedacht, warte mal ab. Warte mal ab, wie viele in drei, vier Jahren dann irgendwie noch wirklich mit dem Partner oder der Partnerin zusammen sind. Klar, man muss sich dann eventuell auch auf Freunde konzentrieren, die eventuell auch Single sind. Ja, auch wenn das nicht die Favorite-Freunde vielleicht in dem Moment so sind, aber so ist das. Es ist alles ein Flow, wir flowen alle. Nee, flowen alle. Und daher macht ihr da auf jeden Fall keinen Druck. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn man irgendwie, nein, egal. Wärst du gerne nochmal 26, die? Nein. Auch schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, nicht schlechte Erfahrungen, aber ich denke so, ich finde den Altersprozess sehr schön. Also, ich habe nie, ich habe in noch keinem Alter gedacht, ich wäre nochmal gerne jünger. Ich denke auch nicht, ich denke auch nicht, oh, ich wäre gerne nochmal 18 und hätte die letzten, und müsste die letzten zwölf Jahre nochmal machen. Das habe ich auch gar nicht. Man ist ja auch so ein bisschen so, das hat man ja schon, auch wenn man das Leben so nicht sehen sollte, aber man hat die Jahre dann doch so ein bisschen abgearbeitet schon. Ja, also, das war ja immer der beste Satz früher, glaub mir, die Schulzeit ist doch die schönste Zeit. Das kann ich absolut nicht bestätigen, obwohl ich eine tolle Schulzeit gehabt habe, aber ich wusste wirklich schon in der 13. Klasse, habe ich gewusst, ich bin so froh, dass das zu Ende ist. Und ich hatte eine coole Schulzeit, aber ich habe gar keinen Bock ansatzweise gehabt, da noch irgendwas noch weiterzumachen. Nee, und ich habe jetzt mit zwei, drei Freunden mal mich neulich unterhalten. Der eine ist über 30 und der andere ist über 40 und da, ich glaube, oder das wurde da auch so ein bisschen dann thematisiert, ich glaube, dieses ab 30 ist schon nochmal sehr cool. Also, irgendwie ist dann wahrscheinlich jedes Alter und alle zehn Jahre, jede Dekade irgendwie immer cool, aber... Ja, also, jemand meinte ja, so von 28 bis 32 ist aber einer Frau die garsten Jahre. Nee, ich glaube, richtig älter noch. Ich glaube, so 36 bis 40 und so da... Wir werden sehen, das ist ja das Schöne, so Gott will. So Gott will, wer weiß, was passiert. Hoffentlich werden wir es alle erfahren. Also, ihr Lieben, das war's für heute. Schöne Folge. Das war's, schöne Folge, obwohl ich mir ja am Anfang gedacht habe, ich bin ein bisschen leer mit Konversationen. Das hatte ich ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt hatte, dass ich so ein bisschen merke, dass ich so... Ich bin einfach kein Mensch für viele Menschen. Also, zumindest nicht immer, also im echten Leben. Ich bin dann schon, bin es schon gut, dass ich im sozialen Medium stattfinde. Nein, du bist einfach... Wie sagt man, digitalen... Digitalen, du bist einfach... In der digitalen Welt stattfinde. Du bist einfach gerade jeden Tag mit vielen Menschen und viel am Reden und das ist... Das sind andere auch. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da nicht der Typ für bin. Also, redest du bitte damit, dass hier so gut weitergehen kann, wie es weitergeht, redest du bitte nächste Woche einfach gar nicht mit den Leuten da. Ja? Ich habe ja nur noch zwei Drehtage. Ja, dann ist Melli abgedreht. Oh mein Gott, dann bin ich abgedreht. Und dann hören wir uns das nächste Mal, nächste Woche Donnerstag um sechs, wenn Melli abgedreht ist. Wir sind höchstwahrscheinlich, wir hören uns aus Italien... Nee, das hören wir genau. Ja, doch, lass mich mal. Wir hören uns höchstwahrscheinlich aus Italien. Ja. Das ist das Hochzeitsgeschenk von unseren Eltern. Bella Donna. Bella Donna. Pizzeria. Wir gehen jetzt Pizza essen. Also ihr Lieben, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Bewertungen und wir hören uns nächste Woche. That's it, my friends. That's it. It's 52 minutes, my friends. That's it. We're going to Hollywood. That's it. Tschüss. Kim Kardashian legt jetzt mit einem WC, also die, die, egal. Tschüss. Ciao.